So, Freunde, war's dir geht bei der Field 1. Heute wird mal wieder Panzer gefahren, zusammen mit Cass und Mara. Hallo. So, auf geht's. Wohin wollen wir? E, C, D? G. Das ist mal erst zu E, oder? G. Einfach. Nein, nicht zu G. Wieso denn nicht zu G? Wir wollen eine kleine Expedition starten, so heißt es. Aber G haben wir schon. Und Bomber, Bomber, Bomber. Schön. Hab ihn. Passenger Assist. Oh, hallo, Bomber. Oh, da ist ein Bomber. Hier links im Zug. Das war der falsche Zug, oder was? Weiß ich nicht, aber da war auf jeden Fall einer. Oder dahinter jetzt, ich weiß nicht. Oh, Flugzeug. Oh! Was ist denn los? Unter dem Flugzeug. Oh, ich bin ausgestiegen. Warum steigst du aus? Wer schießt da auf uns? Nein, ich bin ausgestiegen. Da ist ein Panzer. Den treff ich natürlich nicht. Ich treffe jedes Flugzeug, aber den Panzer nicht, oder wie? Was? Das war kein? Wer ist links? Wer ist rechts? Ich bin rechts. Links. Okay, ich fahr jetzt einfach hier. Heavy Tank? Nee. Wo, wie, was? Da ist ein Auto. Kann ich schießen? Auto tot links. Schönen, Schönen. Auto tot rechts. Du, was ist das denn für eine Karre? Ey, wir gehen hier einfach rein, ja? Nein. Ich fahr hier nix. Wir fahren hier einfach. Ich seh nix. Hier unten? Ne, der ist schon down. Ja, wir sind so Panzer-Profis. Ah, dreh dich. Na, lass mal. Ja, Marat. Holy shit. Ich hab den einen, weil ich stelle mich gerade hin, dass ihr weiterschießen könnt. Ja, wir können nach vorne nichts sehen. Ah, stimmt. Ihr könnt ja nach vorne nicht schießen, ne? Das ist korrekt. Ich seh nix. Davon ist einer 97er hin. Ja. Ich seh da denn nichts. Meine Kanone ist kaputt, meine Kanone ist kaputt. Ja, ich muss hier erstmal raus. Fitts Batman. Nein, wir nehmen doch jetzt, wir nehmen das jetzt zu Ende ein. Kes! Du bist so ein Anti-Mate. Als ob er die lächerlichen Punkte will. Aber ich fahr halt wieder in der Sekunde raus, ne? Äh, ich kann wieder. Ich kann wieder. Meine Kanone ist aufgeraht. Da links, gründ euch den mal. Easy 500 Punkte, die ihr nicht bekommen habt. Ja, ja. Bats, bats. Einer ist hinten drin. Oh, da ist noch einer. Links zerstört. Äh, wir sind ein bisschen am Arsch. Ja. Oh, oh. Ich steig aus, rip her. Oh, Mara, hast du ripiert. Mara, du bist rip. Ja, du fährst auch weg. Ja, ja, von den Gegnern. Nein, ich hab ein Lippen. Ah! Oh, diese, diese Dings ist wie in der Beta. Ey, wir können auch den ganzen Tag auf C bleiben. Das ist hier übel entspannt. Man macht, wie stark das ist. Wohin? B. B? Ja. Stimmt, wir haben ja voll viele Flaggen. Oh, Moment! Ja, können ich. Ich führ den Fass. Noch einmal links. Ah, der, der Sniper hier macht das schon. Ich muss erst mal ein bisschen nach. Oh, es ist halt links. Noch ein. Was denkt ihr sich da? Cool. Ich seh nichts. Ich kann überhaupt nichts machen gerade. Kann ich schießen lassen, so viele. Du, what? Oh, oh. Triple collateral. In deren Gesicht. Ballert schön rein. Da kommt der Bomber. Oh, oh. What's? Der mörzert was auf uns. Oh, der mörzert einer. Da ist ein Heavy Tank. Ja, ich muss weg, ich muss weg. Oh, oh. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Oh. Reparieren wir uns. Nein, das ist schon wieder ein Lippe. Schau! Schlag ein! Ich bin jetzt nicht fach... Nein, oder? Och, Mann! Du hast einen Tank. So, Rache. Oh, gut. Was? Unfall? Hä? 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 Ich bin einfach umgefallen. Was war das denn? Ich nehme mal auf den Tank-Buy-App. Ja, mach ich. Ich habe ja noch Toffifee. Oh, nein. Mara, du isst jetzt aber nicht Toffifee. Nein? Wirklich zu machen? Dieses Nein. Das war so, doch, ich esse Toffifee. Der Flugzeug. Okay, wieder zu C rein. Aber ich glaube, das ist nicht so schlau. Macht einen Air da. Oh, da sind ganz viele gespawnt. Mhm. Ich sehe nichts. Null. Rechts. Oben im Haus. Links im Haus. Link fällt. Oben im Haus noch. Schön. Und jetzt holen wir uns. Den da. Oh, oh. Hast du den? Mhm, einen habe ich. Mach ihn mal rein. Oh, da ist der Heavy Tank. Auf der. Weapon disabled. Der hat 25 Damage schon von mir. Ich kann, ich kann nicht schießen. Ausgeschaltet, gönnt ihr euch, gönnt ihr euch. Nummer 50 Damage, der ist tot. Nice, schön. Schön, 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 schön. Oh, ich konnte nicht schießen. Oh, links, links. Ja, ich habe re-laut. Ich bin am reparieren. Wir müssen meine bessere Pugel gleich holen. Die Schlucht ist sehr interessant. Wollte ich auch mal so barrieren. Ja, ich muss reparieren. Ja, jetzt weißt du, wie ich mich eben gefühlt habe. Hinter uns. Was war das? Hä, war das Mercer? Ist das der Zug? Das war ein Flugzeug, ne? Das ist die Drache. Fuck. Wäre zu cool gewesen. Okay, dann fahren wir hier rechts rum. Zu G. Richtung A. Hallo, ich will zu G. Flugzeug? G. Nicht zu G. Das ist feindlich. Aber da ist nichts los. Da ist ein Auto oder sowas. Ja. Ich sehe es nicht. Auto down. Ja, jetzt zu G. Auf geht's. Nein, wir fahren nicht. Okay, Abstimmung, Jungs. Wer will zu G? Ich. Nicht. Okay. Ich auch nicht. Alter vier. Alter vier. Oh, da kommt der Zug. Er hat was geschossen, er hat was geschossen, fahr! Ja, ich kann nicht. Jetzt ist meine Gun kaputt. Ja, was soll ich denn tun? Fahren, wenn ich da rein. Ich hasse diesen Kackzug. Fag die Gegend haben D. Wollen wir da einfach reindüsen? Lass da einfach reindüsen. Rein da. Da liegen Save-Minen, die wir nicht sehen. Oh Gott. Ich sehe nichts. Das ist so schräg. Ich sehe nichts. Rechts ist einer in der Ruine drin. Oben, unten? Unten. Gut. Dann musst du da vorbeifahren. Ich hol's dann rein. Ja. Holz mal rein. Geil. Ne. Ist da keiner mehr? Da unten ist was. Ich sehe ihn. Oh, lol. Blind. Wir fallen gleich die Klippe runter, ne? Wir fallen nicht. Ich habe das im Griff. WC steht ein Tank. Heavy Tank. Heavy Tank. WC. WC. Field Gun. Field Gun. Ja, Field Gun. Schieße ich drauf. Ach, einer Hit. Ja, kann ich nicht schon schießen. Ist down. Okay. Den Heavy Tank kann man von hier nicht treffen. Doch, jetzt. Okay, auf den Heavy Tank. Ist down. Okay. Ich habe übel Angst vor C. Da schießt das Dreadnought bestimmt gleich hin. Ach, Quatsch. Meinst du? Ja. Okay. Ich vertraue dir da jetzt mal, Cass. Und wenn wir sterben, ist Cass seine Schuld. Ja. Ne, dann schiebst du auf jemand anderen. Panzer! Sehe ich nicht. Rechts kann schießen. Ich sehe ihn nicht. Ach, da. Sehe ihn nicht. Ist er down? Keine Ahnung. Ja. Er ist down. Hä? Hä, warum repariert er? Warum haben wir nichts bekommen? Da ist er irgendwie. Ach so, K-Bullets. Oh, Mann. Ey, das ist ja so ultra... Du kriegst jetzt eine Kugel ins Gesicht. Nice. Bringt's. Hä? Ich habe ihn mit seiner Tripwire-Dings geholt. Nice. WTF? Oh. Oh, hier geht noch einiges. Mhm. Was macht der denn da? Barz? Nicht weglaufen. Barz? Links ist noch in der Sold. Down. Oh, ich bin ausgestiegen. Schnell wieder einen. Runde ist eh vorbei. Noch ein Schuss ins nichts. Oh, fuck. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, Freunde, wisst ihr, was ihr zu tun habt? Ballert den Like-Button. Vielen Dank für euren heftigen Support. Dickes Danke geht raus an euch. Wirklich weiß ich sehr zu schätzen. Ich wünsche euch noch ein wunderbarer Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Haut rein. Und tschüss. Ich wünsche euch noch. Untertitelung des ZDF, 2020